wir machen weiter mit dem allerletzten rennen hier bei dirt 4 herzlich willkommen in norwegen es geht weiter heute ja der letzte teil der rallycross-wm steht heute an wie gesagt nur wegen da wollen wir uns noch mal richtig uns austoben und zwar in der helfe von norwegen wir werden mal 5 von 5 und ja schauen wir kriegen wir hin jetzt geht es heute wieder wie gesagt 4x4 runden und 2x6 also dann vier viertelfinals wenn ihr so sagen wollt dann zwei halbfinals und das finale dann geht's los ich bin jetzt mein einziges eigenes rennen fahren der start ist relativ gut gelungen jetzt gerade wir können uns direkt vorne absitzen du kämpfst momentan um den sieg ah hier geht's lang ja heute ist das letzte mal dort 4 morgen geht's dann weiter mit need for speed heat wahrscheinlich da freue ich mich auch schon drauf um 14 uhr dann wie immer natürlich klar ich bin heiß auf dieses spiel jetzt wollen wir dann mit dem rallying durch sind mit weit noch über 130 folgen mit 4 ehrlich durch sind ob oder 35 folgen sind am ende gewesen ich bin jetzt So, letzte Runde. Durch. Sehr gut, ich bin sehr zufrieden. So. Lauf Nummer 2. Lauf Nummer 3. Aber das ist eine interessante Strecke. Schön hoch und runter hier. Guter Abschluss auf jeden Fall. Letzte Strecke, wie gesagt. Strecke, wie gesagt. Strecke, wie gesagt. Für Lauf 2 sind wir mittlerweile. War eine Bestzeit rausgehauen. Das ist mal keine Überrundung, wenn wir das zum Beispiel in Schweden geschafft haben, letzte Woche Montag. Lauf Nummer 2 auch durch. Wieder 50 Punkte kriegen wir tatsächlich weg, hierhin voll durch zu starten. So, Lauf Nummer 3, liebe Leute. Bitte? Brot. Mach dich bereit. Das war's. Über vier Runden. Der nächste Lauf halt auch noch vier Runden. So. Alter, war das sicher die schnellste Runde. Gut, die Runde war auch langsamer, weil halt die Joker-Runde mit drin war. Jetzt zur Runde. Lauf Nummer drei. Oh, das war knapp. Immer eine Bestzeit, 33,7. Aber eine Sekunde langsamer als davor. Nein, das war gute Arbeit. Das reicht nicht. Wir kriegen nicht die volle Punktzahl. 42 Punkte nur. Naja, alles gut. Wir müssen nochmal einlaufen. Müssen wir nochmal setzen, wenn wir das nochmal schaffen. Reicht das auch absolut aus. Letzterlaufe. Das war jetzt keine Absicht. Ich habe mich aber voll übel verbremst. Das wird nicht passieren. Wir haben keinen einzigen Lauf geschafft, wo wir wirklich die volle Punktzahl holen. Aber Hauptsache steht am Ende bei uns hier eins. Und das ist das Allerwichtigste. Hier werden wir nochmal versuchen, einen rauszuhauen. Drei Positionstechnische würden wir das locker gewinnen, alles. Weil da haben wir nicht einmal verkackt. 33,073. Und da ist einer. Nicht ganz schnell dabei gerade. Das ist wieder der Mini, der einfach nicht aus dem Knie kommt. Und wir haben es geschafft. Leveil sollte. Gerade war zwei Sekunden schneller geworden. Und diese zwei Sekunden bringen uns 50 Punkte. Damit haben wir auch hier mit 192 Punkten problemlos das Halbfinale erreicht. So, weiter geht die Reise. Sechs Runden nochmal. Halbfinale, liebe Leute. Das letzte. Halbfinale, liebe Leute. Ja, wie auch vorher auch schon, müssen wir hier auf jeden Fall die sechs Runden fahren. Du kämpfst momentan auf den Sieg. So, unsere Jokorunde ist durch. Und jetzt können wir uns voll auf das Runden konzentrieren. Das ist sehr, sehr, sehr gut. Ja, plötzlich zu sehr abkürzen. Wir müssen ja auch ein bisschen auf die Zeit achten, ne? Wir dürfen ja nicht jetzt irgendwie ohne die verkacken, weil sonst sind wir nämlich raus. Wir müssen unter die ersten drei kommen in diese Gruppe hier, dann sind wir nämlich safe im Finale. Ansonsten war's das. 33, 8, die Zwischenzeit. Ich versuche jetzt gerade nochmal ein bisschen, um die Kurven zu kommen. Das ist Zeit, Rennreis 5. Lass dich nicht ablenken und prozentier dich. Hey, 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 hey. Das darf definitiv nicht nochmal passieren. Ich bin viel zu eng in die Kurve gefahren, viel zu eng. Oh, hoffentlich reicht mir, da reicht das um die... Oh, jetzt waren drei... Ja, erster, okay. Finale, Leute. Jawohl, wir sind immer final auf jeden Fall hier um den Kisam Cup. Aber ich glaube, jetzt geht es sogar nur noch rein um die Position. Und diese Mini haben wir, glaube ich, jetzt nicht mit uns dabei in der Gruppe. Der hat tatsächlich sich irgendein Finale gemogelt. Ja, hat er. Aber das soll nicht unsere Baustelle sein. Wir müssen jetzt dieses letzte Rennen hier gewinnen. Das allerletzte Rennen bei Let's Play Dirk 4 ist gestartet. Da war klar, dass er da hindurch und boogelt sich. So, jetzt sind wir vorne weg. Ich glaube, dass es bei den Halbfinals um Zeit geht. Gerhard 5 findet. Ab dem Halbfinals geht es dann nur noch rein um die Position. 45,5. Erste Zeit. Die Jokorunde ist von absolviert. Das heißt, da sind wir auch schon wieder auf der sicheren Seite. Das ist so stark jetzt ein 34,1. Das heißt, da sind wir auch schon wieder auf der sicheren Seite. Und nun minimal daneben. Also, die Bestzeit haben wir gerade nicht gefahren. Eine möchte ich gerne noch fahren. Im Jahrfang möchte ich irgendwie 33,9 oder sogar am besten noch niedriger fahren. 4,3,0. Vorwachen. Die Jokorunde ist dann nicht gefahren. Die Jokorunde ist dann wieder auf der sicheren Seite. Und dann geht es nicht auf der sicheren Seite. Und dann geht es mir auch schon wieder auf der sicheren Seite. Ich planeiere mich gerade auf der sicheren Seite. Da geht es wieder um die Veranstaltung. Die Jokorunde ist dann wieder auf der sicheren Seite. Das heißt, hier geht's woanders. Und da ist diese Zeit 33,6 sogar. Wir sind übrigens in unserer letzten Runde und ich werde jetzt nochmal ein bisschen genießen. Die allerletzte Runde aus Dirt 4, liebe Leute. Durch. Das war's. Und das war Dirt 4. Das war nochmal der Sieg hier in Norwegen im Finale. Eine neue Treffer gibt es übrigens auch. War mal eine Million hinterher. Ja, wer durchsann mit Dirt 4? Und da sind 55, am Ende sind. Fast sogar 56. Das müsste eigentlich alles gewesen sein. Mit 1, 125 wären Punkte. Fast 40 Punkte Vorsprung. Aber wir haben es geschafft, liebe Leute. Wir sind durch mit Dirt. Ja, das war's, liebe Leute. Wir sind für The Crown Champion. Alter, war das ein langes Spiel. Lange, langes Let's Play. Definitiv mit über 140 Folgen. Dankeschön fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Projekt wieder. Das heißt dann Lead for Speed Heat. Wann genau es losgeht, weiß ich nicht. Ich hoffe natürlich, dass wir euch morgen schon wieder sehen. Also zumindest einfach ein paar Tage warten. Na ja, ich freue mich auf jeden Fall, wenn er wieder dabei sein würde, dann auch bei diesem neuen Projekt. Ich bin super gespannt drauf und ich freue mich dann schon. Und bis dahin noch wiedersehen. Das war's vom Rallye Sport. Ich habe gesagt, wir sind jetzt nämlich wieder bei Dirt Speed Heat. Und dann geht es wieder zurück zu eurem Element Dirt 2.0. Aber jetzt erst mal eine kleine Pause. Wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.